Hallo YouTube und willkommen bei diesem Video. In diesem Video wollte ich ein Video machen. Also dieses Video. Und der wollte ist von einem YouTube-Kanal. Das ist richtig cool. Ich kenn den YouTube-Kanal auch. Und ihr müsst das Unbeginn mal auf dem YouTube-Kanal drauf gucken. Heißt du diesen YouTube-Kanal unten in die Videobeschreibung rein machen. Dann könnt ihr das unten anklicken mit diesem Pfeil da. Dann könnt ihr das anklicken. Dann könnt ihr das Cookie Cookie machen. Die mit den Augen. Mit den Augen hier. Und dann könnt ihr die. Das ist eine Mäze. Ja. Die macht zum Beispiel Beauty-Sachen. Wie man es schminken tut. Voll cool. Die heißt. So heißt die. Hoffentlich könnt ihr das lesen. Ja. 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 Ich hab nicht so eine schöne Schrift. Da war auch echt scheiße. Geil. Aber egal. Und den Kanal. Tue es unten in die Infobox machen. Dann könnt ihr die abonnieren. Und so. Die angucken. Die Videos angucken meines. Und. Voll cool. Wenn ihr Mesternis abonniert habt. Könnt ihr das jetzt machen. Genau jetzt. Genau in diesem Augenblick. Gut. Hier habt ihr es gemacht. Das ist gut. Und. Wenn ihr meine anderen Videos noch nicht geguckt habt. Dann sollt ihr das jetzt machen. Ich werde mein letztes Video. Was ist. Mein letztes Video. Was ich letztes gemacht habe. Als mein letztes Video. Was ich letztes gemacht habe. Wer es unten auch in die Infobox machen. Dann könnt ihr das aufmachen. In die Infobox. Das den Youtube Kanal hier anklicken. Und abonnieren. Und angucken. Die Videos natürlich. Und. Mein letztes Video machen. Das ist jetzt eine neue Neuigkeit. Das heißt. Wenn ich ein nächstes Video mache. Über. Mhm. Das wir jetzt noch nicht verraten. Was ich mache. Wenn wir jetzt dieses Video. Und das neue Video reinmachen. Und so geht das immer so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Bis ich jedenfalls tot bin. Alle sterben mal. Aber egal. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr es dann habt die Pest gehabt. Bis zum nächsten Mal in 3. Warte. 3. 2. 1. 6. 11.